ich wollte als erste vermutungen sagen weil wir so oft was kaufen aber dann müssten ja viele leute was bekommen haben deine freundin zum beispiel die kauf sich auch ins und so viel geld haben wieder auch nicht rein gesteckt ist schon aber ich sag mal so fort weiß ja nicht was ich selber ausgegeben habe was ich geschenkt bekommen habe aber ich selber reingesteckt habe das ist ja keine handel ist hochkommt 150 euro was ich geschenkt bekommen habe ich glaube allein von hier sind schon genug was habe ich doch sowieso ich will sie schon ich bin die imaginierte wie du mich nennst ist mir eigentlich egal ich bin eine der sieben also sind wir ein team also musst du mir helfen ich muss diesen daten im flieger hoch machen bringt er für mich zu glauben ok du m Das war's. Das war's. Das war's. Komisch, ich hab alle möglichen Leute gefragt. Na sie nicht, ich hab neu gefragt, hat nicht. Dann hab ich andere Leute gefragt, die haben die nicht bekommen. Schon komisch, ne? Ja. Sorry Bro, dass ich den Rücken bannern musste. Du hast mir noch abgehauen mein Freund. So läuft das nicht. So höppelt der Hase nicht. Das war's. 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 Du bist da draußen und so eben unsere Probleme gelöst. Das muss ich den Vorsprung brechen. kate get on soll wieder rauskommen meine fresse ich will euch weiterspielen wäre ich muss es wieder neu machen weil du musst ja die ersten drei du zu machen damit nun bei dem onkel dem die spielhalle gehört auch die skins kauft wo denn da wurde im knast ist das ist glaube ich ein paar hot night ich habe gedacht ich müsste irgendwas irgendwas machen damit ich meine 20 euro sony psn kohle wiederkriege ja ich sag bock der baumeister ja übertreibt mit dem laser ding alter ja 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 Das war's für heute. schumi schumi oh schumi schumi ja was für einen giving der schließlich tönt da werden wir in die kanonen Du, du, da was. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Piu, 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 piu. Laufen! Oh, hör auf, die ganze Zeit zu blocken und stirb! Eigentlich habe ich eine Heilung gesucht. Hatten die gar keine Heilung mit den Loots. Okay, danke. Ich habe eine Mimit. Oh, sieben? Teams? Okay. 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 Jetzt habe ich schon keinen Jumppad oder so. Sch difficulties. wird dieser ausdauer kommen mach hin kommen laufen 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 2 ich hatte extra noch so einen ganz kleinen abbieger gemacht dass der unterricht dann noch in diesem heilautomaten verbände holen kann weil ich sonst gar nichts mehr hatte sind ob ich alles einzelne jetzt ja zwar wir sind noch vier teams wir sind ein zweier team eines schon mal weg wie ich sehe da lief einer noch was ja also zwei einzelne ich gucke jetzt erstmal war da war der eine skin wo die olle die verschiedenen masken trägt das war eine kugel mit der tristel war der tod ja aber keine 2800 ist ein kompletter 20 egal ich beschwere mich nicht ja 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 hier gerade der dritte weltkrieg aus cool ich habe einen von guten klang ist jetzt meiner der bleibt jetzt nur für mich privat was oder ich belebe dich nicht wieder schwimmen im kloset genau drehe ich weiter zack mit deinem arsch die europa knöpfchen sind sie alle weg ich weiß das war voll gangster ja das war wirklich die ganze mit wir beide tun wir sehen uns später zum töten wieder für fortnite was war das jetzt dann versuch dich zu töten ja 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 Oh, le malvencher. ich habe die trommel ab zu zonen würde ich sagen ganzen es gibt doch mehr wir brauchen mehr von diesen frauen die ich letztens bei diesem best of news angeguckt haben ja sagt ja wenn die männer immer so druck haben sagt die eine muss man dem ja muss man ja nicht strecken im flach legen sagt die andere ja man kann man kann ich mir auch freundschaftlich einfach ein blasen deutsche frauen brauchen wir mehr in diesem land einfach freundschaft nicht ein blasen ja das ist doch mal was tolles oder ja eingeblasen bekommen genau schon wieder seit die damen rumballern wir sie die letzten dreckssäcke mit diesen verkackten kackdinger irgendwie ist nichts besonderes zum schock 1 ist aus der kino rending holen würde jetzt habe ich kein sniper das ist weil schön noch die sitzen da in ihrem ekelhaftigen busmann können die nicht anders spielen ja ich brauche einen bus ich habe einen kleinen mikropenis eine kugel ein treffer und es war kein sniper gewehr eine kugel ein treffer und es war kein sniper gewehr das war die ranger die umgegeben hast und er hat auch einen kopfschuss kassiert und jetzt kommt der scheiß bus ja ihr könnt es nicht anders ja und jetzt auch noch zwei kette eines daunen hinter mir kamen auch noch welche hinter mir kam auch noch welche hinten in der tankspinze nur welche hm ja hat ein hit ab und verpasst sich könnten sie mir bitte erklären was der scheiß sollte ja das ist verpackt ich hatte das so schon seit tagen manchmal wird wenn wir keine kisten angezeigt manchmal werden wir keine steps angezeigt und diese super kisten diese speziellen da die werden überhaupt gar nicht mehr angezeigt aber wenn ich sehe oder höre 226 direkt bei uns und sicher schon ein wie die weltmeister die sehen dich sogar machen aber nicht da kommt noch runter oder ich komme jetzt hoch ich habe langsam die schnauze voll mit diesem rum mit dem laserschwert anders kann er nicht so Oh mein Gott Ich hab noch ein Bild Ach, da brauchst du Minis damit jeder zwei hat gerade noch so voll bekommen 8 kills was ist los was das laser schwert noch mit mir warte mal schön doch lieber mit und weiß ja nie ob der letzte idiot doch wieder mit holz baut und da kann man ihn anzünden aus der holz oder steine ok ok jetzt sehen die trommel pump kann sie macht wir haben den panzer das ist doch nicht euer ernst recht jetzt er hat zwei schüsse abgekriegt direkt weg ja warum denn wohl sind die pussys jetzt kommen die rückende panzer hier an ja 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 bleib mal cool man ein hol ist doch genug hol den hier ja nice danke es sind noch zwei einzelne doch diese partner hat mir den arsch gerettet der eine der erste war wirklich scheiße muss ich sagen oder das ist nämlich auch gerne danke aber dann ist auch ein schneller gewerfe unterwegs und wo kam denn jetzt die schüsse da hinten okay die ballern sich schon gegenseitig ab oder oder ja 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 bei aber nicht was wenn du er vor 恐se vor 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 Okay.